Was geht meine Freunde? Willkommen mal wieder zu einem neuen YouTube-Video von mir. Heute schauen wir uns mal Geschenke an für Sneaker-Interessierte oder auch Fashion-Interessierte, also für eure Freunde, Familie oder wen auch immer. Ich habe natürlich geschaut, möglichst auch ein paar günstige Sachen dabei zu haben, also keine Sorge, für jedes Budget wird hier was vertreten sein. Wir haben einige Geschenke-Klassiker dabei, die ihr vielleicht schon mal gesehen haben werdet, aber ich habe auch ein paar Sachen rausgesucht, die ihr wahrscheinlich noch gar nicht so auf dem Schirm hattet. Deswegen schaut das Video definitiv bis zum Ende an. Und wie immer natürlich, lasst gerne schon mal ein Like da, lasst gerne schon mal ein Abo da. Das supportet den Channel und hilft mir, weiterhin solche Videos zu machen. Erste Sache auf der Liste ist wahrscheinlich die teuerste und auch die, auf die die meisten kommen werden. Ihr könnt einfach Sneaker im Wert bis zu 200 Euro verschenken. Wenn es zum Beispiel ein guter Freund ist, eine gute Freundin, macht man das ja mal gerne. Ihr findet derzeit wirklich eine Menge günstiger Nike Dunk Lows. Zum einen hätten wir den Polar Blue Dunk, den Kakao Wow Dunk, aber auch einen SB Dunk. Ich würde jetzt hier zum Beispiel den SB Purple empfehlen. Aber es gibt natürlich auch eine Menge Jordan 1 High, Jordan 1 Low. Die Auswahl ist da ziemlich groß. Ihr könnt einfach selber mal in die Nike App reingehen, in die Nike Sneakers App reingehen und da ein bisschen durchscrollen. Ihr werdet da wirklich eine Menge finden. Ansonsten könnt ihr auch zu StockX, Ebay und so weiter gehen. Wie gesagt, die meisten Nike Dunk Lows, aber auch die meisten Jordan 1 High findet ihr aktuell wirklich gut unter 200 Euro. Ihr könntet aber auch beispielsweise einfach ein paar Crocs verschenken. Da gab es in letzter Zeit wirklich gute Zusammenarbeiten. Zum einen hätten wir hier die Shrek Kollabo, aber auch diese ganze Cars Lightning McQueen Kollabo. Außerdem gibt es noch diesen Meta Colorway, den man sich auch mal anschauen kann. Die Crocs sind alle nicht wirklich teuer, alle unter 100 Euro meine ich. Ihr könnt die ganz entspannt im Haus tragen, aber auch wenn es wieder ein bisschen wärmer wird, natürlich draußen. Eine andere Option wäre auch ein paar Yeezy Slides zu verschenken. Auch die sind momentan wirklich noch sehr günstig. Ich meine die meisten kriegt die unter 100 Euro. Zumindest von diesen ganzen Colorways, die in letzter Zeit rausgekommen sind. Als nächstes hätten wir, sage ich mal, so ein paar Dekoartikel, die man easy verschenken kann. Ich habe zu ganzen Dekoartikeln auch ein eigenes Video gemacht, aber ich will davon mal ein paar rausnehmen, noch ein paar extra erwähnen. Die eignen sich einfach wirklich sehr gut als Weihnachtsgeschenke. Zum Beispiel hätten wir hier Sneakerboxen, die man ganz einfach verschenken kann. Jeder, der viel Sneaker zu Hause hat oder mehrere Paare, wird sich darüber freuen. Man kann die sehr gut aufbewahren da drinne und sie sehen gleichzeitig eben noch sehr nice aus. Zu weiteren sind die auch nicht wirklich teuer. Ihr kriegt die zwischen 20 und 30 Euro in so Dreierpacks. Dann hätten wir natürlich auch Beerbricks, diese Plastik-Teddy-Figuren. Ihr werdet sie mit Sicherheit schon mal gesehen haben. Die gibt es auch von günstig bis teuer. Was es aber auch vorhin gibt, ist so ein Mysterypack, sage ich mal, was man sehr gut verschenken kann. Im Prinzip sind da diese kleinen Beerbricks drinne und man zieht eben zufällig einen Colorway von denen. Man sieht im Vorhinein auch natürlich, welche Colorways man theoretisch ziehen könnte. Jeder eurer Freunde, jeder eurer Familienmitglieder wird auch einen Lieblingskünstler haben. Deswegen wäre hier eine Idee, ihm einfach eine große Vinylplatte von einem geilen Album zu schenken. Die kann man sich sehr gut ins Regal stellen, aber auch gut an die Wand hängen, weil die eben ein bisschen größer sind. Die sind auch nicht allzu teuer. Ich meine, das geht so ab 20 Euro los und endet so bei 40 bis 60 Euro. Kommt natürlich auf den Künstler, auf das Album und so weiter an. Aber das, finde ich, ist wirklich eine nice Idee, weil die wenigsten von euren Freunden, von euren Familienmitgliedern werden damit rechnen, dass ihr ihm eben eine Vinylplatte schenkt. Bevor ich es vergesse, wenn wir schon bei Musikern und so weiter sind, könnt ihr auch einfach Poster verschenken. Es gibt davon auch wirklich eine Vielzahl an Auswahl. Wenn ihr wisst, der Kollege von euch feiert den Künstler einfach sehr krass, hat vielleicht im Wohnzimmer, in seinem Zimmer, wie auch immer noch ein bisschen Platz. Dann verschenkt auch einfach Poster, die kriegt man ebenfalls sehr, sehr günstig. Eine weitere Idee wäre, da eben gerade Winter ist, Handschuhe, Beanies oder auch einfach Balaclavas zu verschenken. Ich denke, es ist selbsterklärend, warum diese Sachen sehr gut für den Winter sind. Handschuhe gibt es zum Beispiel von Nike, die sehr cool aussehen, aber auch von The North Face. Beanies findet ihr mittlerweile von jeder Streetwear-Brand, aber es gibt die auch bei Zara, bei Represent, ihr habt da auch gute Auswahl. Das gleiche gilt für Balaclavas. Hier findet ihr zum Beispiel auch ein paar günstige bei Weekday. Alle drei Sachen findet ihr sehr günstig bis eben sehr teuer. Kommt darauf an, wie viel ihr ausgeben wollt. Ich werde euch auch probieren, möglichst viele oder einfach ein paar Vorschläge in die Beschreibung zu packen. Das heißt, checkt am Ende des Videos gerne mal die Beschreibung aus. Dort werdet ihr eben ein paar Links finden. Eine weitere Geschenkidee wäre zum einen Crease-Protektoren. Die packt man sich eben vorne in die Schuhe rein, damit die Schuhe nicht so extrem creasen. Das macht man natürlich bei Ledersneakern. Eine andere Sache wäre einfach, Cleaning-Sets zu verschenken. Also eben Reinigungsmittel für eure Sneaker, weil wir wissen alle, ab und zu müssen die auch mal gereinigt werden. Wasser reicht da meistens nicht und so eine Cleaning-Sets sind eben perfekt dafür. Die sind auch nicht sehr teuer, kosten zwischen 20 und 40 Euro. Es gibt außerdem von vielen Brands auch noch so eine Cleaning-Wipes, also so Feuchttücher für eure Sneaker. Die sind wirklich sehr gut. Ich habe die jetzt schon öfter mal benutzt, vor allem um eben so groben Dreck zu entfernen. Die nächste Sache ist ein bisschen random, aber eine wirklich gute Idee. Und zwar geht es hier um ganz Körperspiegel. Die sind einfach sehr gut und perfekt, um eben den Fit-Check zu machen. Außerdem könnt ihr da drin auch ein paar nice Instagram-Bilder machen oder eben Bilder einfach an sich. Und natürlich sind die vor allem sehr nützlich, um einfach mal zu checken, wie ihr aussieht, bevor ihr dann rausgeht. Also falls ihr einen Kollegen habt, der noch keinen hat, verschenkt ihn gerne mal. Den kriegt man auch relativ preisgünstig. Eine weitere coole Sache wären Funko Pops. Das sind eben so kleine Figuren, die man sich gut hinstellen kann. Es gibt hier eigentlich von jeder Serie, von jedem Film, von sehr, sehr vielen Animes. Zum einen hätten wir hier One Piece, wir hätten John Wick, wir hätten die Serie Peaky Blinders, aber auch von Stranger Things. Man hat da wirklich eine riesige Auswahl und Kosten tun die nur zwischen 10 und 20 Euro, was wirklich sehr günstig ist und eben ein gutes Weihnachtsgeschenk. Man muss auch sagen, dass Funko Pops an sich in der USA schon wirklich extrem verbreitet sind. In der EU kommen die auch immer mehr und immer besser an. Wenn ihr euch mal so amerikanische Sneaker-Collections anschaut, werdet ihr sehen, dass eigentlich jeder von denen auch irgendwo einen Funko zu stehen hat. Eine weitere coole Sache wäre außerdem, Travis Scott-Merch zu verschenken. Natürlich setzt das voraus, dass diejenige Person eben Travis Scott feiert. In der Zusammenarbeit mit McDonalds gibt es wirklich einige Sachen, die man gut verschenken kann. Ob es jetzt Shirts sind, ob es jetzt Cups sind oder was auch immer. Andernfalls gibt es auch von dem Utopia-Album wirklich eine Menge Merch, was man sich mal anschauen kann. Ihr kriegt da was ab 20 bis 100 Euro, würde ich mal sagen. Die meisten Sneaker-Heads interessieren sich komischerweise für Travis Scott. Deswegen wollte ich Travis Scott hier als einzelnes Thema mal reinnehmen. Ein cooles kleines Geschenk wäre zum Beispiel so Sneaker-Kerzen zu verschenken. Auch die bekommt ihr schon wirklich günstig und in vielen Sneaker-Modellen. Meines gibt ihr als Jordan 1, aber auch als Dunks. Kosten tun die zwischen 10 und 20 Euro und die meisten davon solltet ihr auf Etsy finden. Wenn ihr keinen Bock habt auf eine ganz normale Sneaker-Duftkerze, könnt ihr natürlich auch einfach das Parfüm von derjenigen Person als Kerze verschenken. Vorausgesetzt, das gibt es eben. Aber die meisten Parfüms gibt es eben auch als Duftkerzen. Ansonsten hätten wir zum Beispiel noch so Sneaker-LED-Lichter. Auch diese findet ihr gut bei Etsy oder bei Amazon. Hier müsst ihr aber ein bisschen schauen. Die können teilweise wirklich sehr teuer sein. Checkt da einfach Etsy ab, ihr werdet da bestimmt was finden. Eine weitere Sache, die eigentlich wahrscheinlich in jedem Geschenke-Video vorkommt, ist einfach Gutscheine zu verschenken. Ich persönlich verschenke das an sich nicht so gerne, weil ich immer finde, das ist ziemlich unpersönlich. Aber wenn man keinen Plan hat, was die andere Person genau braucht, was sie genau will, ist das wirklich eine sehr, sehr gute Sache. Und ich meine, an sich, ihr verschenkt Geld. Also er würde sich drüber freuen. Was ihr auch machen könnt, ist einfach die Geschenke eben zu kombinieren. Zum Beispiel verschenkt ihr eine Sneaker-Kerze mit einem Gutschein dran. Das finde ich zum Beispiel ist wieder eine coole Idee und wirkt auch nicht so unpersönlich. Oder ihr nehmt euch irgendwas anderes Kleines, was euch einfällt und kombiniert das eben mit dem Gutschein. Ist, finde ich, immer die bessere Wahl, als jetzt nur einen reinen Gutschein zu verschenken. Ich habe euch nun wirklich eine ganze Menge vorgestellt. Überlegt vielleicht doch einfach mal, was habt ihr letztes Jahr bekommen? Vielleicht kann man da ein bisschen was abwandeln draus. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video helfen. Checkt, wie gesagt, auch gerne die Links in der Beschreibung aus. Und lasst mich unbedingt in den Kommentaren wissen, was wollt ihr zu Weihnachten haben? Vielleicht hilft auch das wieder anderen Leuten, eben auf Ideen zu kommen. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Ich habe schon oft gesagt, das supportet den Channel. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao.